Let it rain 2023. Wir werden eine Konferenz in Dresden durchführen, zusammen mit Ben Fitzgerald, mit Maria Prian und mit mir, Daniel Exler. Die Konferenz heißt Let it rain. Wir erwarten, dass der Regen, dass die Gegenwart, die Herrlichkeit vom Himmel in diesen Konferenzraum und dann zu dir in dein Herz und danach in dein Leben hineinkommt. Ich lade dich herzlich ein, vom 5. bis zum 7. Mai 2023 in Dresden dabei zu sein mit Ben Fitzgerald und Maria Prian und mit mir. Alle Informationen findest du auf der Website, auf der Homepage der Family Church Radebeul. Ich freue mich, dich dort zu sehen.